Verarbeitung, sehr schön. Das ist ein Mosaik. Ein schöner Marmar. Ob der vom Untersberg kommt? Dann wäre der Untersberg nicht mehr da, so viel wie da ist. Das musst du rausfräsen oder stemmen. Frau Breer, was sagen Sie von dieser Moschee? Unglaublich. Tolle Handwerksarbeit. Luster vom Ikea, sagt der Kevin. Luster vom Ikea. Nein, die sind sicher von Swarovski. Die sind sicher von Swarovski. Die Musik muss keine besondere Bedeutung haben, die Blume. Das ist die Safranblüte drinnen, oder? Auf jeden Fall.